Ich weise meinen E-Mails in Outlook immer Kategorien zu und hatte früher einen Suchordner, in dem ich dann festlegen konnte, dass da in eine bestimmte Kategorie die E-Mails drin landen. Im neuen Outlook fehlt mir diese Funktion vollständig. Kai, was kann ich tun? Markus, diese Funktion ist dem Suchordner noch nicht zugeordnet, aber es gibt einen kleinen Trick, so etwas nachzubauen. Lass uns mal gemeinsam auf das neue Outlook schauen. Du siehst hier meinen Posteingang und ich habe Kategorien zugewiesen wie DLV oder Meetup-Infos und so weiter. Und jetzt möchte ich gerne alle DLVs in einer Liste haben und alle anderen E-Mails raus. Das, was früher der klassische Suchordner geleistet hat. Jetzt musst du einen ganz kleinen anderen Weg gehen. Du gehst einfach oben auf das Zahnrad, gehst dann auf den Bereich Allgemein und dann zu den Kategorien und setzt das Sternchen hinterhalb der Kategorie. Das heißt, es wird zu den Favoriten hinzugefügt. Wenn du nun diese Einstellung schließt, und in deinen Posteingang schaust, bei den Favoriten, siehst du, dass es jetzt die DLV-Kategorie gibt und die Meetups-Info-Kategorie gibt, klickst du auf DLV, sind alle E-Mails, die nicht DLV sind, ausgeblendet und du siehst dann noch diejenigen, die du auch wirklich sehen möchtest. Und hier ist der Punkt, den hier fervatmen. Und hier ist der Punkt, die ihr da seid. Und da geht es mit dem Zahnrad des St parets.